Atrio in Leonberg. Rund 300 Menschen mit Behinderungen arbeiten hier an mehreren Standorten. Eine davon, Nicole Morris. Sie montiert Aufhängeschrauben für einen großen Türenhersteller. Und hier werden die Bordwerkzeuge für den Porsche Macan zusammengestellt. Monatslohn im Schnitt rund 220 Euro. 60 Kilometer weiter in der Lebenswerkstatt bei Heilbronn arbeitet Kai Kraft in der Schreinerei. Für seinen Chef ist die Welt hier noch in Ordnung. Wenn Menschen sagen, das ist genau mein Platz, hier bin ich glücklich, hier möchte ich sein, dann sagen wir, dann soll der doch hier arbeiten. Und wenn jemand sagt, ich möchte raus, ich möchte inklusiv mitten in der Gesellschaft arbeiten, dann tun wir alles damit, der oder sie das schafft. Kritiker sehen das nicht ganz so euphorisch. Ein heftiger politischer Gegenwind bläst den Werkstätten für behinderte Menschen entgegen. Es ist eine klare Menschenrechtsverletzung. Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und verstößt gegen diese Artikel. Die UN-Konvention sagt, die Menschen mit Behinderung sollen von ihrer Arbeit leben können. Nirgendwo in der Europäischen Union kann ein Unternehmen so billig produzieren lassen, wie in einer deutschen Werkstatt für Menschen mit Behinderung. In einer Petition eines ehemaligen Werkstattmitarbeiters, die schon fast 200.000 Menschen unterschrieben haben, werden die behinderten Werkstätten als im Grunde kriminell beschrieben. Sie gehören abgeschafft. Wir fragen nach bei Uts Mörbe, dem Werkstattrat, einer Art Betriebsrat der Einrichtung. Er sagt, der Lohn ist zu niedrig, um richtig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Dass man mal zum Fußball kann, dass man mal auf Konzerte gehen kann und so weiter mit Freunden, dass man vernünftig wohnen kann in unserer Situation. Auch Kai Kraft, der schon elf Jahre in der Lebenswerkstatt Heilbronn arbeitet, ist der Meinung, dass der Lohn ruhig etwas höher ausfallen könnte. Trotzdem fühlt er sich wohl an seinem Arbeitsplatz. Also, ich habe immer noch so viel Spaß wie am... Trotzdem ist die Bezahlung ein Dauerthema in den Werkstätten. Der Geschäftsführer sieht das Problem. Aber er führt ein Non-Profit-Unternehmen und kann nur auszahlen, was er einnimmt. Ein Dilemma. Da stehen wir absolut an der Seite der Beschäftigten. Also, wir teilen das Bild, dass es darum gehen muss, ein gerechtes und ein einkömmliches Vergütungsmodell zu finden, was aktuell so in den Werkstätten, wie wir sie haben, aus der Perspektive der Beschäftigten nicht da ist. Wasserpumpenmontage für Porsche. Würden die Löhne hier steigen, hätten viele Beschäftigte nichts davon. Denn staatliche Leistungen würden im Gegenzug gekürzt werden. Trotz aller Kritik wollen viele bleiben. Sie wollen nicht auf den freien Arbeitsmarkt. Es gibt hier keinen in der Gruppe, der auf dem freien Arbeitsmarkt arbeiten will. Hier stehe ich mittendrin. Warum sollte ich auf den freien Arbeitsmarkt gehen? Trotzdem wird der Ruf nach einer Schließung der Werkstätten immer lauter. Behinderte unter sich, das soll es in Zukunft nach Meinung vieler Kritiker nicht mehr geben. Aber werden alle draußen eine Beschäftigung finden? Natürlich gibt es den einen oder anderen, der diesen Weg gehen kann. Aber für die Großzahl unserer Beschäftigten wäre das eine ziemliche Misere. Schon jetzt tun sich die Arbeitsvermittler schwer, Menschen mit geringeren Behinderungen als die der Werkstättenbeschäftigten am Arbeitsmarkt zu vermitteln. Was tun, wenn die Werkstätten schließen? Es wird ein paar Menschen geben, für die ist und bleibt der Rahmen, den eine Werkstatt bietet, genau das, was sie brauchen, um überhaupt teilhaben zu können. Die Alternative könnte sonst sein, dass sie in ihrer Familie verschwinden und gar nicht am Berufsleben sich beteiligen dürfen. Und das wäre sehr, sehr schade. Die Werkstätten nicht abschaffen, sondern weiterentwickeln will deshalb Simone Fischer, die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen. Beim Thema Inklusion sind für sie noch viele Wünsche offen. Dass Menschen ja für ihre Arbeit auch wertgeschätzt werden, dass sie einen guten Lohn erhalten, dass sie arbeitnehmerrechtliche Bedingungen haben und dass sie eben, ja, nicht nur aufgrund ihrer Behinderung an einem Ort arbeiten müssen. Marco Pisagreta hat das alles geschafft. Schon zu weit? Dankeschön. Der Schwerbehinderte hat die Werkstätten hinter sich gelassen. Seit gestern ist er ein ganz normaler Mitarbeiter auf dem Stadtteil Bauernhof in Bad Cannstatt. Er wird künftig viele Tiere betreuen und es wird anstrengend, Stall ausmisten. Trotzdem ging gestern für ihn die Sonne auf. Also ich kann meine Behinderung dann nicht mehr jetzt wegzaubern. Aber ich bin sehr glücklich, dass mir diese Chance hier auf dem Hof gegeben wird. Weil das, ja, so mein allererster Platz ist auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und, ja, was will ich mehr? Ich bin der Schwerbehindert. ich bin der Schwerbehindert. In der Schwerbehindert ist es für mich gut zu machen. In der Schwerbehindert, ich bin der Schwerbehindert. Vielen Dank.